Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 64.000 US-Dollar, Short-Position wurde leider nicht abgeholt. Wir haben weder das Golden Pocket, was ja eine Alternative gewesen wäre, noch unseren Preisbereich hier oben von 70.000 US-Dollar getroffen. Wir haben das Rising Wedge nach oben hin bereits gestern dann Richtung Nachmittag schon verlassen und gehen jetzt einen Step nach unten. Wie wir das jetzt in Möglichkeiten haben, möglicherweise das jetzt zu traden, ob wir hier eine Long-Position ein bisschen tiefer eingehen können oder ob wir doch noch hier oben in unseren Preisbereich kommen, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, Gold, Forex-Markt und auch etwas auf die Stockmärkte noch mal gucken. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn euch das Video auf jeden Fall schon mal gefällt, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr wie immer kostenlos unten in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, wo ihr alles, was wir hier besprechen, auch traden könnt und Spot handeln könnt und auch Aktien kaufen könnt, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Gibt momentan wieder ordentlich Bonus, also registriert euch gerne mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich und auch den Kanal. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei knapp 64.000 US-Dollar. Wir gehen mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe und gucken uns das Ganze an. Wir haben ja gestern Morgen darüber gesprochen, dass es einerseits eine Alternative wäre, dass wir ins Golden Pocket kommen. Das wäre eigentlich nicht mein Hauptszenario, wo ich gerne short gegangen wäre, sondern eher hier oben eben, wo die Ineffizienz liegt, wo wir hier oben auch schon das Setup so ein bisschen drüber gesprochen haben. Wir sind weder ins Golden Pocket reingekommen, noch hier oben in die 70.000 US-Dollar-Region. Warum? Keine Ahnung, kann ich euch nicht erklären. Hätte deutlich mehr Sinn gemacht, wenn wir zumindest hier hochgekommen wären, um die Liquidität in diesen Bereichen hier, weil wir hier doch einiges an Short-Liquidität noch abzuholen hätten. Aber gut, Markt hat sich umentschieden. Markt hat dieses Rising Wedge, was wir hier gebildet haben, mittlerweile nach unten hin verlassen. Preisziel von diesem Rising Wedge ist immer der Beginn des Wedges. Das heißt, hier unten bei knapp 63.000 US-Dollar. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen und deswegen habe ich das FIP-Level hier schon eingezeichnet von unserem Tief bei 59.500 US-Dollar bis zu unserem Zwischentop derzeit bei 67.300 US-Dollar. Dass wir jetzt auch dieses Mal in Richtung 62.600 bis knapp, weil wir hier unten noch eine 4-Stunden-Demand-Zone, also Support-Zone haben, bis knapp 62.000 US-Dollar reingehen. Also das ist so momentan so meine kleine Long-Alternative, die ich ein bisschen so zu bieten habe. Ich hoffe natürlich, dass wir dieses Mal ins Golden Pocket kommen, beziehungsweise hier aber auch dann etwas Support reinkriegen und nicht nur, sag ich mal, einen kurzen Dip. Also das heißt, dass wir hier weiter runtergehen und dann hier ewig lange rund dümpeln und dann eben die nächste Welle nach unten hin machen und dann sogar noch diesen Wig, beziehungsweise diesen da drüben auch noch füllen. Also auch da momentan ist zumindest der Plan, hier unten erst einmal Long zu gehen, dass wir dann zumindest hier ein bisschen Support reinkriegen. Vielleicht dann doch nochmal ins oberliegende Golden Pocket reingehen und dann erst übergeordnet doch nochmal ein bisschen deutlich tiefer reingehen. Grundsätzlich hat sich aber jetzt an der Annahme, die wir gestern besprochen haben, nicht wirklich was geändert. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es darum geht, sollten wir das Golden Pocket oben testen. Gut, wir haben es jetzt noch nicht getestet. Sagen wir jetzt einfach mal, es wurde getestet, dass wir hier in einem größeren Abwärtsstrudel jetzt erst einmal gefangen sind. Das heißt, dass wir hier den ersten größeren Abverkauf hatten, jetzt bearish das Golden Pocket getestet haben, was ja normalerweise dann öfter so ist als bearisher Retest, dadurch jetzt den nächsten großen Abverkauf kriegen, vielleicht in Richtung 57.000, wo wir ja schon unsere größere Ineffizienz drüber gesprochen haben, wieder ins Golden Pocket oder 0,5er und dann den letzten und größten Abverkauf dann möglicherweise runter kriegen, bis auf knapp 50.000 US-Dollar oder sagen wir mal 48.000 bis 50.000 US-Dollar. Dort liegt, ja, größere Support-Zonen, auch ein größerer Retest von verschiedenen Zonen, die wir auch schon öfters gesprochen haben und auch meine oder eine meiner Verkaufszonen bei Bitcoin damals. Das heißt, ich werde hier unten auf jeden Fall wieder neu einsteigen. Also das für mich immer noch so ein bisschen das mittelfristige bis langfristige Szenario, jetzt vielleicht sogar über den Sommer. Ich meine, wir kommen jetzt langsam, wir nähern uns Richtung Mai, Mai, Juni, Juli, August. Ihr kennt so das Spielchen immer ein bisschen Sommerloch. Vielleicht im Mai jetzt noch nicht unbedingt, aber ich sage mal so, ab Juni sollte es dann wieder soweit sein und da kann ich mir so einen Verlauf sehr, sehr gut vorstellen. Auch wenn jetzt am 30. April die Hongkong-ETFs gehandelt werden und sowas, heißt es ja nicht, dass das genauso bullisch jetzt aussehen muss wie die letzten Monate. So, das aber jetzt erstmal so die langfristige Ding, kurzfristig, wie gesagt, Golden Pocket im Auge behalten, wäre die einzige Long Chance meiner Meinung nach jetzt erst einmal für kurzfristig. Sollten wir jetzt schon wieder die Kurve kriegen, dann auf jeden Fall ist Golden Pocket nach oben hin im Auge behalten bei knapp 67.600 bis knapp 68.200 US-Dollar. Mehr gibt es momentan nicht als Alternativen bei Bitcoin zu besprechen. Gehen wir rüber zu Ethereum, hier im Endeffekt das gleiche Spiel. Auch hier haben wir nur diese 4-Stunden-Supply-Saison getestet, erst einmal. Leider, ich hätte mir auch gehofft, dass wir hier zumindest hochkommen, um diesen Trendkanal nochmal zu testen, sind wir nicht hochgekommen. Das heißt, auch hier erst einmal bearischer Retest von unserem, ja, Abtrendkanal, den wir hier so zwischenzeitlich gebildet haben, aber für mich absolut untradebar. Entweder hier oben oder dann hier unten, also hier oben Short oder hier unten Long. Mehr will ich jetzt hier ehrlich gesagt noch nicht drauf eingehen. So, dann gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es da aus? Hier hat sich auch überhaupt nichts getan. Wir haben weder unser Golden Pocket Hit bekommen, also noch unseren R2 Hit von unserem Pivot, weder das Golden Pocket wurde getestet. Das heißt, wir haben heute nur noch die Chance, dass sich hier unten mal etwas tut und wir hier möglicherweise dann unseren doppelten Boden reinkriegen. Das heißt, dass wir hier nochmal runter in Richtung 2290, ja, US-Dollar gehen und dann versuchen nochmal das Golden Pocket Bearish zu testen. Das ist die einzige Chance. Wir haben nämlich aber heute auch noch eine Menge News. Da haben wir auch gestern schon drüber gesprochen. Folgeanträge, Erstanträge, PCA-Kernreiter, Bruttoinlandsprodukt. Also da kommt eine Menge heute um 14.30 Uhr auf uns zu. Also behaltet es bitte im Blick. Da könnte ordentlich Volatilität reinkommen. Plus wir könnten dann halt hier im Endeffekt auch unsere Position möglicherweise schön abholen beziehungsweise eher dann hier oben, dass wir hier nochmal einen Shot reinkriegen und dann hier oben die Short-Position eingehen. Ansonsten wenig Veränderung, deswegen kurz und knapp. Gehen wir rüber zum Euro. Auch hier im Endeffekt das allergleiche Spiel. Wenig Veränderung. Wir sind immer noch nicht hier runtergekommen. Wir haben weiterhin eher so einen kleinen Aufwärtsimpuls jetzt hier zwischenzeitlich mal, der jetzt nicht wirklich bullisch aussieht. Wir sind hier immer noch in dieser Supply-Zone. Tut sich für mich auch zu wenig. Ich hoffe weiterhin, dass wir hier nochmal runterkommen in Richtung 1,058 Euro. Einfach um die Position natürlich einerseits abzuholen, andererseits macht es meiner Meinung nach Chart-Technisch am meisten Sinn, hier einen übergeordneten doppelten Boden zu bilden. Auf Daily-Sicht würde es mir auch deutlich, deutlich besser gefallen. Also wenn wir uns das mal angucken, wir haben hier unten noch die Ineffizienz. Wir haben hier eine riesige Demandzone, die hier noch gefüllt werden sollte. Also es macht deutlich mehr Sinn. Wenn wir uns gegenüber mal den DXY auf Daily-Sicht angucken, auch da liegt oben eigentlich ein bisschen mehr Liquidität, was eigentlich dann wiederum Sinn ergeben würde, dass wir hier nochmal hochkommen und zumindest die Liquidität abtesten. Ansonsten sieht das hier alles eher so ein bisschen nach Geschwurbel aus, beziehungsweise ein bisschen eher nichts Halbes und nichts Ganzes hier oben. Also hier irgendwie einen richtigen Trend zu finden, eher ein kleiner Downtrend oder Akkumulation. Spricht aber für mich immer noch dafür, dass es die Chance gibt, dass wir hier eben noch einmal hochkommen, Liquidität tanken, was dann wiederum beim Euro dazu führen würde, dass wir nochmal einen Satz nach unten hin machen und dann unsere Long-Position reinschlagen könnten und gegebenenfalls sogar den US-Dollar auch dann als Hedge shorten könnten. Ansonsten wenig Veränderung. Schauen wir uns den S&P 500 an. Nicht mal der ist ins Golden Pocket hochgekommen. Also man muss echt sagen, zieht momentan wieder nicht so. Ist wieder so eine Phase, wo, wobei man hier auch sagen muss, das 0,5er wurde auch nicht gezogen. Aber gut, warten wir jetzt erstmal noch ab, was die Zahlen bringen. Wir haben jetzt hier auch sinkendes Volumen in den letzten Tagen oder in den letzten Stunden besser gesagt. Deutlich erkennbar, steigende Kurse. Also hier erstmal schon mal eine größere Divergenz. Gefällt mir nicht wirklich gut. Deswegen auch hier warte ich aber weiterhin, dass wir hier oben zumindest mal in diesen Bereich reinkommen bei 5.140 bis 5.150. Daran hat sich nichts geändert. Vorher ist mir das Risiko zu hoch wegen dieser Ineffizienz. Außerdem, wenn wir jetzt hier mal so auf dem 4-Stunden-Chart uns das angucken, könnte sich hier auch gerade ein schönes Inverse Head & Shoulders bilden, was dann auch ein Breakout-Point bis hier hoch eben rein hätte. Also da auch warten wirklich bis 14.30 Uhr. Und weil ich ja gesagt habe, ich mache ein bisschen Altcoins, wollte ich jetzt, vor allem weil H-Bar ein bisschen gestiegen ist, wollte ich da mal ganz kurz charttechnisch drauf eingehen. Also Hedara, ordentlicher Anstieg natürlich mit diesem BlackRock-News auf 18 Cent. Mittlerweile sehen wir wieder, egal, es ist völlig egal, was da für News kommen oder welcher Coin es ist, ob das das XRP ist, ob das H-Bar ist. Solche Impulse werden früher oder später immer wieder aufgefüllt. Und man sieht es hier wirklich bei H-Bar ist schon ein ordentlicher, ordentlicher Abverkauf drinnen. Also schaut euch das an, 38% vom Top mittlerweile wieder runter. Bullisch wäre es meiner Meinung nach, wenn wir hier diesen Preisbereich um 0,98 bis knapp 0,93 halten können. Wer noch nicht drin ist, das war auch eine unserer Kaufzonen. Die andere Kaufzone, 25% waren dann hier unten nochmal, das schreibe ich nochmal dazu. Also das war hier diese Zone, wo nochmal Spotkäufe getätigt wurden. Auch von mir, habe ich euch ja erzählt, hier in diesem Preisbereich. Ansonsten, die nächsten Kaufzonen liegen dann erst bei mir bei 4 US-Dollar-Cent. Also hier ist dann die nächste Big-Kaufzone hier unten. Ja, mehr gibt es auch hier dazu nicht zu sagen. So werde ich aber auch dann ungefähr die ganzen Altcoin-Videos dann für euch handhaben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, beziehungsweise die größeren Altcoin-Updates halt. Ich werde mir da jetzt keine riesen Mühe machen und euch hier irgendwelche Wellen einzeichnen. Ich werde euch einfach nur mögliche Kaufpunkte zeigen, mögliche Verkaufspunkte, kurz und knapp, damit ihr das mitkriegt. Und keine 10-Minuten-Videos und das alle zwei Tage. Habe ich keinen Bock da drauf. Bringt euch null weiter und macht auch überhaupt keinen Sinn. So, deswegen, das war es zu H-Bar. Wie gesagt, unten, das ist weiterhin die Kaufzone. Die bleibt auch seit Monaten und die wird sich auch nicht mehr verändern. Die Kaufzonen bleiben immer gleich. Höchstens kommt nochmal ein kleines Spot dazu. Und da würde sich jetzt momentan für alle, die noch nicht drin sind, eben dieser kleine Kaufbereich hier möglicherweise aneignen. Aber dann würde ich trotzdem die anderen Zonen auf jeden Fall drin lassen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinscheuen. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quiet.